Es gehen 60.000 Leute ins Stadion, was ist 60.000 mal 25 Cent, wenn du theoretisch, oder du nimmst von jedem zweiten die Pfandflasche. 30.000 mal 25 Cent sind 4, 4 geteilt durch 30, oh du warte, 7,25, 7.250 Euro. Chat, wenn das die Wahrheit ist, dann möchte ich einen Nobelpreis. 30.000 mal 0,25. Ich bin, ich möchte bitte einen Nobelpreis haben. Ich habe das im Kopf gerechnet. Hä, wie krass. Das ist der Moment, in dem mir klar, Freunde, das habe ich im Kopf gerechnet. Chat, das war brutto, du hast 7.250 gesagt. Achso, ja okay, aber nur 250 Euro minus. Freunde, wie krass, hä. Soll ich das sagen, das war Wahnsinn. Ich bin gerade übertrieben stolz auf mich. Hochbegabt. Achso, man läuft nicht mit? Ach, wusste ich gar nicht. Achso, 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 achso. Ach stimmt, ja. Ach stimmt, ja. Was, man hat, achso. Achso. Hauen wir den mal oben links ins Eck. Leute, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Aber es ist einfach so. Ey, der Gegner hat einen Freistoß gerade bekommen bei der Elber, weil der Ball am Pfosten war. Niemand den berührt hat und Neymar den als nächstes wieder berührt hat. Und das darf man ja nicht. Das habe ich, glaube ich, in FIFA 21 gefühlt noch nie gesehen. Eine krasse Icon wäre jetzt super. Mal gucken, wer kommen wird. Holland. MS. Bitte, Kroif. Bitte. Bitte. Kroif. Oh mein Gott. Wir haben Johann Kroif gezogen. Oh mein Gott. Wäre auf jeden Fall auch cool, wenn hier alle, wenn die garantierten Tots-Packs wiederkommen, die schön bei uns in meinem Stream aufmachen. Was war das denn? Klipp das, Shane, mit dem Klipp das. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Fortschecking sein kann. Und Tor mit ganz viel Gefühl. Ich würde ja drauf... Guter Ball da. Klasse gemacht. Das ist jetzt... Nicht passiert. Puh. Hmhm. Eins. Du musst zurückhalten. Das ist Butra. Das ist Butra Moments. Ich schwör dir. Der hat... Oh! Ist es? Ist es? Ich seh es auch nicht. Ja! Junge! Warum legt er sich hin, wenn ich am Ball bin? Dass ich auch zu dem passen kann, oder was? Danke. Hä? Wieso gibt das Elfmeter? Lol? Er hat gegräht. Ich habe gegen Waran gepasst. Mein Spieler ist über Waran rübergefallen. Und es gibt Elfmeter. Hä? FIFA Deutschland. Herzlich Willkommen. Hei. Back-Tiles, man. Danke EA. Mega. Warum was denn passiert? Ja, ich hab ein Spiel, aber ich sehe nur Zidane und seine Klatze. Und das Spiel läuft trotzdem weiter. Ah, jetzt geht's. In der Erage aus meinem Bett. Was war das? Ich hatte gerade Herz. Hast du das gerade auf dem Glastisch gehauen? Ich dachte, die ganze Platte bricht raus. Ungarn wäre halt sick, man. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Opa! Peta, come ronta! Peta, opa! Peta! Oh, Peta! Peta! PETA, 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 JUNGI! Ja, das ist mein erstes Ecken-Tot! Dzeko, Edi! Dzeko, Dzeko, Diamantu, Diamantu, Diamantu! Posna-Vodi, Posna-Vodi! Terriori! Oh mein Gott! 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 Digger, willst du mich irgendwie ficken, Digger? Ich drück doch A, damit der den Kopfball macht, Digger! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aua! 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 Die Card, im Bett deiner Mama! Jetzt Jungs! Hast du das hier noch eine Doku drauf? Lasse, bring ihn! Oh nein, ist es gerade zu gut! Lasse, du musst nur Viehreck drücken, Digga, was brauchst du da solang? Ski mal Jungs, ich muss gerade drönen, da ist mir auch angemischt! Das sag ich auch jeden Freitagabend im Bett deiner Mom. 1, 2, 3... Ich weiß schon, ist jetzt die Frage, welche Version davon? Ist es der Moments? Alter Moments Deutschkopf! Olé! Boah! Ich hab den viel viel höher geschätzt. Ich hab gedacht, ich fall so nach hinten. Oh mein Gott! Ich hab meine Herzen so in die Hose gerutscht! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Mann! Oh! Laubwarme Cover! Luigi kommt hier mit dem absoluten Big Coast Ryan mit 254 Plus X Zuschauen. Warte, was? Haben wir gerade ein Icon gezogen? Nö! Ich hab die Tonnen Tag mit nosotros indikeriert. Schuss aus! Hes oder mich? Ich hab mich gemacht! 聲idee? Ja! Warum slipped ich das Ding?